Was hält die Zukunft für uns bereit? Gesellschaftliche Herausforderungen, neue Technologien und innovative Businessmodelle kommen auf uns zu. Aber wie wollen wir mit diesen Anforderungen in der Zukunft umgehen? Heute geht es um den Vortrag Lauras Zukunftsbilder. Wir stellen in unserem Beitrag Laura, eine junge, selbstbewusste Frau, die 2030, 23 Jahre alt sein wird, in den Mittelpunkt. Und schauen von diesem Zeitpunkt zurück, welche Verantwortung wir als jetzt Erwachsene für das jetzt 10-jährige Mädchen Laura haben, das im Jahr 2030 auch wirklich eine tolle Zukunft vorfindet. Wir entwickeln ein Bild für 2030. Was wird diese 23-jährige Laura erleben? Was wird die Realität sein 2030 für sie? Und wir begeben uns heute auf eine Reise, um diese positive Zukunft zu gestalten, zu entwickeln. Und dabei drängt sich die Frage auf, wir können hier Management-Systeme helfen, dies gezielt und systematisch voranzutreiben. Wer sollte nun diesen Auftrag aufnehmen, diese Zukunft zu entwickeln? Wir als Systemmanager haben ein ganz großes Wissen, was in der Organisation passiert, wie Prozesse laufen, welche Ergebnisse erzielt werden. Nutzen wir die heute und jetzt aktiv, um diese Zukunft zu gestalten. Und? Neugierig geworden? Dann meldet euch am besten jetzt gleich an. Wir sehen uns dann vor Ort beim Quality Austria Forum.